Meine geschätzten Damen und Herren, es gibt ja auch natürlich ein Programm. Ein großes Programm steht hinter mir, das ist die Compolite. Und ich bin so ein Musiker, zumindest ein bisschen tue ich so. Aber hier sind wirklich tolle Musikanten einmal, glaube ich, auch einen Applaus unserer Musik. Wir für den Compolite, der ein und die andere wird uns vielleicht kennen in einer größeren Besetzung. Wir spielen normalerweise zu fünft, Holstein und unser Britz. Aber wir wünschen euch auch gute Unterhaltung. Wir werden den Abend jetzt beginnen mit ein bisschen smoother Jazzmusik, das euch gut schmeckt. Lass euch ein Mango schmecken. Lass uns das, was wir machen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.